Intelligenz ist keine unveränderliche Eigenschaft, denn jeder Mensch, unabhängig von Alter, Herkunft oder Behinderung, kann seine kognitiven Fähigkeiten verbessern. Der Schlüssel zum Erfolg ist die menschliche Mediation, also Vermittlung. Dieses Konzept beruht auf der Theorie von Räuven Feuerstein. Er war ein Psychologe, der in den 1950er Jahren mit Kindern arbeitete, die als Einwanderer aus nordafrikanischen Gemeinschaften nach Israel kamen. Um ihre schulische Einstufung zu bestimmen, wurden die Kinder einer Reihe von Untersuchungen unterzogen, darunter auch IQ-Tests. Bei den Tests fiel Feuerstein auf, dass einige Kinder eine neue Aufgabe sehr leicht lernten, andere dagegen nicht. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, die erste Gruppe war in einem Umfeld aufgewachsen, in dem die Weitergabe der lokalen Kultur von Generation zu Generation gefördert wurde. Mit anderen Worten, sie hatten ausreichend vermittelte Lernerfahrungen gemacht. Die zweite Gruppe war ihrer Herkunftskultur beraubt und hatte keine solche natürliche Lernerfahrung gemacht. Feuerstein entwickelte daraufhin seine Methode weiter und begann, zwei Arten des Lernens zu unterscheiden. Direktes und indirektes Lernen. Kinder, die nur direktes Lernen erleben, erreichen vielleicht nie ihr volles Potenzial. Kinder, die auch indirekt lernen, hingegen schon. Um den Kindern zu helfen, die keine indirekten Lernerfahrungen machen konnten, kommt die Mediation oder Vermittlung ins Spiel. Der Mediator gestaltet die Lernreise, wählt sinnvolle Materialien aus, weckt die Neugier des Kindes und bietet Unterstützung und Feedback. Nach und nach verinnerlicht das Kind diese angeleitete Erfahrung und wird zur Selbstvermittlung fähig, die das direkte Lernen verstärkt. Mit anderen Worten, Mediation stärkt die kognitive Modifizierbarkeit, sodass das Kind effektiver lernt, was die Essenz der Intelligenz ist. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entwickelte Feuerstein eine dynamische Bewertung unserer kognitiven Fortschritte und ein Programm für kognitive Interventionen. Die dynamische Bewertung konzentriert sich auf die Messung des Lernpotenzials einer Person, auf der Grundlage des Fortschritts, den sie als Ergebnis der Vermittlung gemacht hat. Das kognitive Interventionsprogramm versorgt Kinder und Erwachsene mit Büchern, Werkzeugen und Materialien, die ihre Problemlösungsfähigkeiten verbessern. Diese Methode wird auch als instrumentelle Anreicherung bezeichnet. Feuerstein arbeitete weiter mit Hunderten von Kindern. Er konnte dramatische Verbesserungen der Fähigkeiten derjenigen dokumentieren, die eine intensive Vermittlung von kognitiven Strategien erhielten. Selbst Kinder, die als unbeschulbar galten, schafften es schließlich in Regelschulen oder Universitäten. Heute werden Zehntausende nach den Methoden von Räuven Feuerstein unterrichtet. Für Pädagogen hat er folgenden Rat hinterlassen. Wenn du nicht bereit bist, die Stärken deines Schülers zu sehen, dann fass seine Schwächen nicht an. Was denkst du? Glaubst du, dass jeder seine Intelligenz steigern und besser lernen, lernen kann? Um mehr über die Methode zu erfahren, besuche unsere Website oder wende dich an die Mitarbeiter des Feuerstein-Instituts, das die Arbeit seines Gründers bis heute fortführt.